Ansonsten würde ich vielleicht mal das Cockpit vom neuen Golf 8 GTI Facelift kurz ansprechen. Und zwar, da haben wir halt jetzt auch ein paar kleine Änderungen. Zum Beispiel, also ich bin ja jetzt drei von diesen Golf 8 tatsächlich gefahren. Einmal Clubsport, einmal einen normalen Golf und einmal einen GTI. Jeweils für ein Jahr ungefähr. Und ja, hier haben sie jetzt zum Beispiel beim GTI halt diese Touch-Bedienung vom Lenkrad entfernt. Das Ganze sind jetzt wieder die ganz normalen Schalter, wie beim serienmäßigen Fahrzeug halt auch. Und ja, ist halt irgendwie, ich finde es persönlich ein bisschen billiger, weil dem normalen Golf, den ich mal für ein halbes Jahr hatte oder für ein Jahr, ich weiß gar nicht mehr wie lang, denn da hat sich das schon deutlich billiger angefühlt vom Ding her. Ein Vorteil ist natürlich, dass man jetzt nicht mehr aus Versehen auf die Knöpfe draufkommt, weil diese Lenkradheizung zum Beispiel, wenn man mal ein bisschen zügiger gefahren ist oder eine kurvigere Strecke, hat man die aus Versehen dann im Sommer richtig oft angemacht oder so. War dann irgendwie auch nicht so geil, wenn man dann ständig diese Lenkradheizung im Sommer bei fast 30 Grad oder so anhatte. Ansonsten hat sich ja nur dieses große Display hier ein bisschen verändert, das jetzt halt nicht mehr so klein ist und auch beleuchtete Tasten hat, was auch nicht schlecht ist. Okay, jetzt habe ich hier gerade eine Info bekommen, dass irgendwie Werbung angezeigt wird oder so. Keine Ahnung, ich muss noch mit dem ganzen Livestreaming hier ein bisschen warm werden, aber ja, sonst hat sich ja nicht wirklich viel geändert. Das Interieur sieht immer noch gleich aus, außer das Display und das Lenkrad ein bisschen. Das digitale Cockpit soll sich auch ein bisschen verändert haben, aber ja, ansonsten gibt es jetzt nichts wirklich, was man noch zusätzlich hier verändert.